weil wir sonst kalt hier im büro eingebrochen 1 wieder bei dir ist wahrscheinlich schon schnee wieder oder die aufzeichnung läuft dann denke mir dann machen wir das halt die nicht mit der mit dem einsteiger aber ich wenn jemand weiß ich glaube ich ist dann dazu gekommen dass er sich dabei ist ich verweise auf das webinar ich kann einen link rein sind vom letzten webinar oder wie man sie registriert habe videos erzeugt wo ich dann den chat reingeben kann wir wollen gleich mit praxis für fortgeschrittene anfangen der dorsten hat was vorbereitet das macht er mit dem peter mellem die hauptbehafte namen richtig ausgesprochen ja dann seht ihr wie wirklich einfach in so ein funnel oder wie so ein boot gebaut wird in dem fall übergebe ich das wort an den dorsten wenn ihr einverstanden seid oder hat jemand eine frage von den neuen noch zwischendurch alles gut bei mir alles okay dann heins danke für deine ankündigung und du und auch der der hans-dieter ihr müsst mir ein bisschen assistieren irgendwas über seh oder ihr noch irgendwas wissen wo ihr sagt da können wir noch das machen dann einfach rein rein damit weil ich habe ja auch nur was festgestellt weil mir der peter mit dem ich auch im messenger kontakt bin sein der peter hat ein broadcast gemacht zu einem produkt und hat mir das geschickt und ich habe das guter weise am handy gesehen und am handy sieht sowas ganz anders aus als wie am pc deswegen will ich euch das schnell mal zeigen wie es am pc aussieht weiß gar nicht kann ich das dann kleiner machen jetzt selber mal schauen ich will mal die ansicht gucken ob ich die bei mir kleiner kriege damit man dann sieht wie das wieder auf dem handy dann aussieht das wird nicht ich habe leider keinen kein 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 tool gefunden womit man bis an arbeiten sehen kann hat hat jemand da 1 kennt ihr mal 1 ich habe eines dann wie heißt es euro ist es kostenpflichtig oder gar nicht installieren kostenlos kostet nichts ok hier ist das nero na moment ich ich zeig es einmal euch jetzt ist muss der starten es hat natürlich meint die mal einmal bildschirmübertragung auch das ist das abrufe ist das abrufe moment musst du schauen wie das heißt aber wer merow das kannst runter laden irgendwo habe ich hier den youtube video gesehen im youtube kanal gänse sein gibt dann kommt das wie man das installiert habt ihr so noch keine video gemacht so einfach aber wenn man es ist es fuchs ein bisserl und es zeigt auch wenn man sich natürlich eine europa will ich nicht nicht was machen die denn mal die hauen hier dann immer so viel werbung rein das gibt es ja gar nicht momentan fuchs mir so ich komme da nicht rein ich hätte ja einen vorschlag ja ihr tragt euch alle in meinem bot ein und dann könnt ihr es euch angucken der ist auch nicht schlecht ja könnt ihr aber natürlich gerne machen ja dann stellt dann stellen wir unten in den chat deine deine dinge rein das war eigentlich ein scherz das ist ja sowieso ein broadcast ich weiß gar nicht wie ich aus dem kasten flow macht er fängt ja schon mal an ich habe schon länger nicht benutzt ist es aufgeladen hat ich kann da momentan ist anklicken irgendwo ich komme ich installiere es gerade schnell mal gucken ob es bei mir funktioniert wenn ich wenn ich zeige ich euch das so so ein impact fertig stellen ich habe doch schon installiert ja ich will abbrechen jetzt muss ich mich erst noch registrieren oder was ich melde mich hier mit facebook an wir sind ja mit facebook also hier zack jetzt muss ich erst noch meinen facebook account eingeben wenn ich den wieder weiß und 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 ja ich habe ein altes password eingeben ja na klar Bist du ein Tauber, Heinz? Nee. Ja, ich auch. Genau, ich gehe schon bald wieder. Ja, ja. So, ja, siehst du, ich habe wieder nichts von beiden, weil ich habe kein Android-Handy und kein IOS. Ja, ich komme auch nicht rein, es nützt nichts. Alles klar. Dann müssen wir das mal sein lassen. Wie kriege ich das jetzt hier wieder weg? Auch super. Nein, ich will weg. Mach bitte diese App weg. Da, weg. Das gibt es ja gar nicht. Jetzt geht die nicht weg. Das ist auch technische Probleme. Nee, das ist halt, wenn du dir echt so einen Scheiß schnell installierst über irgendein Werbetool, wie zum Beispiel Softtonic oder wie das heißt. Dann hast du den Scheiß-Shit hier, dass du das nicht mehr zukriegst. Ich kriege es nicht weg. Ich kriege das blöde Teil nicht weg. Programm beenden. Ja, will ich doch die ganze Zeit. So, jetzt weg. Ja, ich zeige euch mal schnell meinen Bildschirm und dann seht ihr, wo wir sind oder mit was wir anfangen. Also, gebe ich euch mal frei. Ich bin mit dem Peter im Messenger auch verbunden und das ist ja auch gut so, weil wir sind ja in einem Team. Und jetzt hat der Peter mir eine Broadcast-Nachricht geschickt und hat mir hier eine Nachricht geschickt, ob ich daran interessiert bin oder ob ich mich in Affiliate-Marketing auskenne. Ist auch wieder ein kleiner Fauxpas passiert, weil das hätte der Peter gar nicht an mich rausschicken müssen, weil er ja nicht weiß, dass ich in diesem Bereich irgendwo auch tätig bin. Aber er hat es wahrscheinlich an alle anderen geschickt im Broadcast oder in seiner Audience, in seinem Messenger und dann kommt das so raus, wie ihr das hier seht. Ist ja schon übersichtlich, kann jeder sehen? Ja. Okay. Und so sieht es ja auch eigentlich ganz nett aus, wenn man das dann so am PC betrachtet etc. Nur, wenn ihr das am Handy betrachtet, sind die Texte viel zu groß. Und wenn ihr euch dann mal beim Peter anmeldet im Broad, dann werdet ihr das dann vielleicht auch sehen. Aber ich zeige euch das mal, wie das bei mir hier auf dem Handy aussieht, falls das hier gut zu sehen ist. Diese erste Nachricht, die der Peter geschickt hat, seht ihr oben das kleine Textfeld hier. Das ist okay, weil das sehe ich auf dem Handy sehr gut auf einer Bildschirm-Nachricht. Ich zeige euch das mal. Also. Ups, was denn? Seht ihr das? Ja. Also diese Nachricht seht ihr auf einer Handy-Seite. Die obere Nachricht, die ist gut zu sehen. So, jetzt ist die nächste Seite, die jetzt hier kommt, ist die hier unten, das größere Textfeld. Und wenn ich euch das aufmache, Ups, habe ich es? Dann seht ihr, dass mich ein komplettes Textfeld erschlägt und ich bin noch nicht mal am Ende dieses Textes. Der Bot macht aber eins. Wenn er dieses Textfeld rausschickt, schickt er euch immer zum Ende der Nachricht. Und das Ende der Nachricht ist da, wo der nächste Button anfällt. Nehme ich hier unten. Jetzt habt ihr gesehen, da stoppt der Bot dann mit der Nachrichtübertragung und ich müsste jetzt, um die Nachricht von vorne zu lesen, wieder zurückscrollen. Das ist mega uncool für Messenger-Bots oder für die User, die das lesen wollen. Weil ich bin immer gezwungen, immer wieder zurückzuscrollen. Und der Peter wollte wahrscheinlich sehr, sehr viel Inhalt rübergeben. Er hat gedacht, packe ich alles da rein. Dann hat der User gleich die Nachricht und gleich einen Text. Und ich bin sozusagen die Information los. Das ist zwar gut, aber in dem Fall nicht so optimal, weil ich werde erst mal erschlagen von dem Text. Also, was müssen wir machen? Wir müssen schauen, dass wir diesen Bot attraktiver zum Lesen machen. Attraktiver zum Lesen heißt, wir müssen gucken, dass wir in diese Textnachrichten hier Absätze reinmachen und diese Absätze mit einem sogenannten Delay versehen, mit einer Zeitspanne, wo wir einfach festlegen und sagen, okay, wenn ich das selber mal durchlese, dann stoppe ich mal die Uhrzeit und sage, das sind so 5, 6 Sekunden. Dann habe ich das gelesen. Dann gebe ich noch 2 Sekunden drauf, dass der User das in Ruhe lesen kann. Und dann mache ich dort einen Delay rein von 6, 7, 8 Sekunden. Und dann würde erst der zweite Absatz in diesem Text kommen, nämlich das hier unten. Dann ist der Leser auch nicht so überfordert mit der Textflut in dem Sinne. Ja, weil auf dem Handy kommt das alles komprimiert. Das erschlägt euch dann. Hier sieht das noch entspannt aus auf dem Bildschirm. Und er hat mehr Zeit zum Lesen, bevor die nächste Nachricht kommt. Und das müssen wir in dem gesamten Flow so einkalkulieren, bis wir zum Schluss sind. Ich zeige euch jetzt nochmal eine, die sieht auch nicht hier am PC schlimm aus. Aber hier musste ich sogar 3 Mal auf dem PC, auf dem Handy wischen, bis ich wieder an den Anfang gekommen bin. Weil ja der Bot, wie gesagt, immer ans Ende schießt auf dem Handy. Ja, also er bringt die Nachricht und dann ist am Ende ein Button und den zeigt er euch. Also müsst ihr immer wieder runterscollen die Nachricht, um sie oben dann anfangen zu lesen. Das heißt, es kostet auch wieder 1, 2 Sekunden. In dem kommt aber wieder die nächste Nachricht und schiebt den Bot wieder weg. Dann habt ihr ein Riesenproblem, weil dann sagt ihr, was ist denn das hier? Das geht mir alles zu schnell, das kapiere ich alles nicht. Ich schalte mal wieder ab. Dann kann es auch vielleicht unter Umständen sein, dass sich jemand auszeichnet und sagt, das ist mir alles zu viel, was der mir schickt, da komme ich gar nicht hinterher. Ich trage mich mal aus, da habe ich keinen Bock drauf. Und um das zu vermeiden, müssen wir halt gucken, dass wir den Bot so interessant wie möglich gestalten. Das heißt, wir müssen gucken, dass der sich gut lesen lässt. Das heißt, wir müssen den selber auch mal lesen in der Geschwindigkeit, wie er kommt und uns das vielleicht auch mal aufs Handy schicken. Das geht ja ganz gut, wir werden es euch gleich mal zeigen. Und dann ist es mit den anderen zwei Nachrichten genau das Gleiche. Die sind auch einfach vom Text, ihr seht das hier, etwas zu lang. Dann haben wir noch zwei andere Stellschrauben, wo wir einfach noch ein bisschen mehr mit einbauen sollten, um den Bot auch für uns oder beziehungsweise für den Peter interessant zu machen, den zu verwerten. Und da habe ich auch noch zwei Sachen gefunden, die ich auch dort noch mit reinnehmen würde. Aber das würde ich euch gerne zeigen, wenn der Peter uns den Bildschirm freigibt von diesem Flow, den er dort hat und mir einen Zugriff gibt. Ich stoppe mal meinen. Zack. Und dann kann der Peter mal seinen frei machen, um das zu zeigen. Zunächst mal, Heinz, du hast meinen Namen wunderschön mit einem Schweizer Akzent ausgesprochen. Peter Mehle. Genau. Ich weiß nicht, wo der Name herkommt. Ich bin schon ewig auf der Suche. Keine Ahnung. Es sieht auch nicht so richtig deutsch aus, aber es scheint zu sein. Aber perfekt. Ja. Und dir, Thorsten, vielen Dank für diese Hinweise. Also ich bin ehrlich gesagt tatsächlich der Typ, der hauptsächlich am Computer arbeitet und auch nicht am Smartphone. Deswegen bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Mir wäre das auch nicht aufgefallen, wenn ich es nicht am Smartphone gesehen hätte, egal ist ehrlich gesagt. Ja, genau. Aber gerade da ist es wirklich extrem dann, wenn so ein Buch dann so lang ist. Ja, ja. Okay, jetzt probiere ich es mal mit dem Bildschirm hier. Da hätte ich natürlich noch eine Frage dazu. Wie mache ich aus einem Broadcasting einen Flow? Ja. Das war der Flow. Muss man einen Schluch trinken. So, warte mal jetzt. Jetzt muss ich eine Bildschirm machen. Ach, da oben ist es. Warte mal. Ich tue mir jetzt mal eine Fernbedienung bei dir beantragen. Und Peter, die musst du mir dann freigeben. Ja. So. Also du arbeitest jetzt in meinem Mailchat. Genau. Jetzt kann ich in deinem Bot arbeiten. Und was ich aber ganz fantastisch finde, wenn ihr mal jetzt hier oben schaut und das schon mal seht beim Peter. Also der hat 130 Interessenten angeschrieben in seinem Bot. Oder was sagt man eigentlich? Abonnenten sind es ja. Ja, Abonnenten. Ja, und von denen haben 74% das geöffnet, also 89% und 26% haben das durchgeklickt. Finde ich mal eine coole, coole, coole Rate. Die könnte vielleicht hinten ein bisschen höher sein, aber das schaffen wir vielleicht, wenn wir die nur ein bisschen sexier machen. Also, du hast einfach eins gemacht und da sieht man gleich, dass du auf einer unserer letzten Meetings nicht da warst. Du hast jetzt in einem, ja, du hast jetzt einen Broadcast gemacht und hast da sozusagen den Funnel drin gebaut. Ja, genau. Ja, und das hättest du nicht machen sollen, sondern das ganze Konstrukt hier hinten, ja, das hättest du in einen Flow legen können, den du dann immer wieder bearbeiten kannst. Nur das hier vorne, dieser Starting Step, den hättest du dort machen können. Ah, ja, ja. Und dann wärst du hiervon nachher auf Start Another Flow gegangen und hättest da dann einen Flow beginnen lassen. Je nachdem, welchen du wolltest, den hier, den hier oder den hier unten, ja. Und du kannst... Ja, nachträglich kann man das nicht mehr machen, oder? Das geht schon, ja. Man muss das halt ein bisschen umbauen. Aber das ist mir über die Fernbedienung hier ein bisschen zu wackelig. Dazu müsste ich den mal kopieren und als Template kurzladen. Aber jetzt gehen wir mal rein in den Bereich. Ich muss bloß mal meine Bilder hier oben runterlegen, dass ich hier an die anderen Geschichten komme. Also wir müssen den jetzt sowieso kopieren. So, jetzt seht ihr, jetzt haben wir den kopiert und sind in der Build All Affiliate Kopi 2. Also wir haben das ganze Ding kopiert. Könnte ich doch das ganze Ding aber eigentlich auch nehmen. Ich bin gerade am Überlegen, wenn man das nicht jetzt hier gleich als Flow baut. Wir haben es doch eigentlich als Flow. Es muss ja hier bei dir in den Flows auch drin sein, weil alles, was ihr baut, wird auch irgendwo dementsprechend dann wiedergegeben als Flow. So, wie heißt das nochmal, wie hieß das nochmal, Build All, oder? Irgendwas mit Affiliate. Affiliate. Wie habe ich es denn genannt? Affiliate. Mach mal Affiliate. Nur eine Affiliate. Ich habe es, glaube ich, abgegritzt. Ich habe es nachdem hier. Ich gucke nochmal in der Broadcasting, wie es genau heißt. Build All Affiliate. Bilder All Affiliate. So, jetzt gehen wir nochmal auf Flows. Eigentlich müsste alles anscheinend. Bilder All Kalkulator ist es ja nicht, oder? Nee, das ist ja nicht. Dadurch, dass der als Broadcaster erstellt ist, findest du den nicht unter Flows. Echt? Ja. Nein. Aber ich würde mal versuchen, den zu markieren und einfach zu kopieren und dann als Flow wieder einzufügen. Ja, ja. Warte mal. Machst du das mit rechter Maustaste, oder? Nee. Gehen wir mal an. Gehen und einfach das Fenster breitziehen. Wenn man unterbearbeitet muss, muss es allerdings sein, den Bearbeitungsmodus. Ja. Das ist wieder live hier. Gehen wir mal zurück. Du Arschen, gehen wir mal zurück in den Broadcast direkt. Ja, dort. Und jetzt kopieren. Machen wir mal das. Das kopieren. Das? Ja, das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon kopiert. Haben wir schon mal kopiert. Irgendwo kannst du, geh mal unter Broadcast vom Flow. Ach nee, da kannst du nur einen Broadcast erzeugen direkt vom Flow raus. Ja, das ist ja das vom Flow. Das ist ja, wenn du einen Flow mit reinnimmst. Ja. Wieso kann ich denn den nicht kopieren jetzt hier? Ich werde verarbeiten. Gehen wir mal Go Basic, gehen wir zurück auf Go to Basic Bilder. Gehen wir mal da zurück. Oder was ist das Kästchen? Das blaue Bluseteil? Das hier? Ja. Nein, das ist gerade noch nicht. Gehen wir mal zurück auf Go to Basic Bilder. Ach nee, über diesem Kästchen vorher rechts. Go to Flow Basic Bilder. Wo bist du denn? Rechts oben. Rechts oben. Oder Go Next. Ach so, da, ja. Drück nochmal drauf. Aber ich kann den nicht kopieren, da zieht er sich immer weg. Ja, weißt du, drück nochmal drauf, Go to Basic Bilder, dass er zurückwechselt. Du kannst dich da kopieren vielleicht. Nein. Nein. Ich muss ja im Flow Bilder eigentlich bleiben. Jetzt wartet mal, das ist mir hier nicht zu schräg. Ich gehe nochmal in Copy und Edit, dann kann ich ihn bearbeiten. Und jetzt müsste ich ihn doch eigentlich, wieso zieht er sich immer weg, wenn ich reinklicke? Drück mal die Shift-Taste. Dann die Maus. Doppelklick, jetzt. 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 So. Äh, kopieren, ne? Äh. So. Jetzt gehen wir mal in den Flow. Äh. In den Flow. Äh. So. Ja. Da soll nur dein Name rein. Äh. Affiliate. 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 All. Mal. So. Dann müsste er eigentlich... Wie kriege ich den jetzt reinkopiert hier? Äh. Eigentlich STRG-V. Ja. Ja. Macht er nicht. Scheiße. Du hast ihn nur im eigenen Flow nochmal kopiert. Das ist dringend geblieben. Kannst nicht dringend kopieren. Ja. Nochmal raus. Du hast jetzt, er hat Affiliate 3 angelegt. Ja. Die lösch'n wir jetzt erstmal hier. Die brauche ja keiner. So. So. Äh. Da zieh' ich ihn weg. So. Also nochmal. Mensch. Gut. So. Steuerung C. Neuer Flow. Wo haben wir denn? Affiliate Builder All. irgendwas ist reinkommen ja ja der ist weiter und was nicht ja du hast du was sind jetzt doppelt ich sehe es gerade dass man das hier löschen hallo wieso kann ich es nicht löschen das ist muss er sich tatsächlich verschieben dann kannst du löschen jetzt startings trip ja das grüne das grüne wach ja er kann nur grün ja 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 jetzt loslassen habe ich den ganzen jetzt gelöscht die noch schnell löschen hier aber dann das ist ja immer noch kein flow dann auch jetzt ist ein flow sicher ja ganz sicher ja moment kommt hier wieder ich habe auch so den irgendwie den eindruck das muss einfach gehen ja gegangen wir haben wir sind aufgepasst sie hat zweimal training ich kann nicht mal ich bin ich bin ja auch wirklich jetzt machen neuen namen hier was ich habe ich doch gar nicht geändert den namen gehen ach so jetzt Jetzt muss man das bloß verschieben, ein bisschen kleiner machen, den Starting Step da rüber und das, so, dann haben wir den jetzt hier drin, jetzt mach dir das schnell sauber hier, mal den, den können wir jetzt hier löschen, hier hinten dran hat es immer drei Punkte, da seht ihr, da gibt es bestimmte Sachen drin, ihr könnt den kopieren für eine andere Page, also wenn ihr noch zwei, drei andere Pages habt, dann könnt ihr den kopieren und da drüber schieben, aber wir tun ihn jetzt immer hier löschen, damit der Peter wieder einen sauberen Bereich hat und den tun wir gleich mal umbenennen hier. Jetzt haben wir, jetzt haben wir den hier drin und das ist nachher dann Peter, der Flow, den du halt verschicken kannst. Du kannst das erste hier auch nehmen als Nachricht, also kannst du das erste rausmachen und machst hier dann eine Startsequenz hin, aber ich will den mal als Flow jetzt so ganz lassen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen größer, damit wir auf die einzelnen Bereiche kommen. So, ihr seht das alle gut? Ja, also der erste Bereich hier ist völlig in Ordnung, hier wird dann der User mit seinem Namen angesprochen, netter Text dazu und eine kurze Anfrage, ob er sich in dem Bereich auskennt. Dann hat er drei Auswahlmöglichkeiten, entweder kein Interesse, dann ist er sowieso falsch irgendwo, nein, was ist das? Da stellt er halt eine Frage und dann geht der Peter über auf eine Erklärung. Das ist auch in Ordnung. Die würde ich aber, wie gesagt, auch nochmal vielleicht nochmal unterteilen, indem, dass ich hier noch ein Smart-Delay einbaue. Macht man einfach wie folgt, man geht rein jetzt hier in den Bereich. So, dann seid ihr in den Bearbeitungsmodus hier und jetzt haben wir ja hier ein Textfeld. Hier unten könnt ihr in dem Bereich eure Aktionsfelder auswählen. Jetzt brauchen wir, wollen wir das ja hier in zwei Textfelder machen, also oder zwei Texte machen. Das heißt, hier ein Text, ja, kurze Erklärung dazu, dann kommt eine kurze Pause und dann wieder ein Textfeld mit den Button. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ganz einfach, wir machen hier ein Textfeld rein und noch besser ist, wir schieben davor noch das Delay rein. Das heißt, ich mache hier ein Delay, also eine Zeitverzögerung rein. Ihr seht das hier, hier heißt dann drei Sekunden. Wenn wir da reinklicken, können wir die Zeit höher stellen bis auf 60 Sekunden. Das ist in der Free-Version möglich. In der Pro-Version, die auch der Peter hat, kann man auch übergehen, ein Smart-Delay zu machen. Wenn man das länger machen will, auf, weiß ich, 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde, ist jetzt hier in dem Fall nicht sinnig. Ja, aber das wäre dann mit diesem Smart-Delay in der Pro-Version möglich. Jetzt in der Free-Version würde das hier ausreichen, wenn man das hier vielleicht auf acht oder, machen wir mal, zehn Sekunden stellt, sodass der User die Zeit hat, das zu lesen, die Erklärung mal setzen lassen kann und dann kommt ein Peter seiner nächste Frage. So, dazu brauchen wir ja, wie wir gesagt haben, noch ein weiteres Textfeld. Das machen wir jetzt hier mit rein. Mal nochmal aufs Textfeld geklickt und dann kommt hier das Textfeld rein. Was machen wir jetzt hier? Jetzt müssen wir ja nicht das ganze Ding nochmal neu schreiben. Jetzt gehen wir einfach rein, kopieren uns die letzte Frage raus. Ja, kopieren uns die. Gehen runter und... Mensch, ich habe die V einmal zu lange gedrückt. Und kopieren uns das da rein. So, was haben wir jetzt erreicht? Dass der Bot hier nach der Erklärung erstmal innehält. Und dann müssen wir natürlich den Bereich, den wir jetzt herauskopiert haben, noch löschen. Ja, wo dann die Frage sozusagen vom Peter kommt. Das löschen wir mal. Machen wir das hier ein bisschen noch weg. Und dann hat der, dann kriegt er so eine gewisse Ruhe rein in die, erst die Erklärung. Und dann lassen wir das ein bisschen setzen und dann kommt die Frage erneut. So. Und wenn er dann aufklickt auf Ja, gerne, dann wird er ja hier weitergeleitet. Ich gehe mal hier im Bot weiter, dass ihr seht, wie er wieder kommt. Ich gehe jetzt nicht auf Nein, Danke ein, weil Nein, Danke ist sowieso eine Geschichte, die ich nicht weiter ausbauen möchte. Und der Peter tut es auch nicht weiter ausbauen. Wenn jemand kein Interesse hat, dann geht er halt dementsprechend raus. Oder du leitest ihn nochmal um. Okay. Thorsten? Ja? Ganz kurz ist Geschmackssache. Ich mache das ganz gerne, wenn ich von einem Schritt zum nächsten gehe. Ganz am Anfang ein Smart Delay von drei Sekunden. Ja, ja. Kommt mir ganz gut an. Genau. Was ihr machen könnt, das ist das, was der Hans-Dieter gerade gesagt hat. Ihr könnt da noch ein Smart Delay reinbauen. Dann drückt ihr einfach hier auf die Uhr. Dann kriegt ihr nochmal ein Delay rein. Jetzt steht das aber hier unten und ihr wollt das hier oben an den Anfang haben. Dann seht ihr hier an der Seite, wenn ihr drauf geht auf das Action-Tool, seht ihr hier ein Pfeil nach oben nach unten. Wenn ihr da drauf klickt und es festhaltet mit der linken Maustaste und nach oben schiebt, seht ihr jetzt, wie meine Zeitgeschichte wandert. Und ich sie, na nicht ganz bis, so ein bisschen nach oben kriege. Ich muss dann halt länger festhalten, bis es nach oben geht. Jetzt habe ich die hier oben. Drei Sekunden sind drin. Das heißt, der startet auch nach drei Sekunden nach der letzten Beantwortung der Frage, also nach dem letzten Button, den der User drückt. Somit kommt er nicht auch gleich, wenn er den Button drückt, peng, die Antwort. Ja, sondern es sieht ein bisschen aus, als wenn der Peter dann halt das schreiben würde. Da tun unten dann so drei Bällchen hin und her springen. Es sieht dann aus, als wenn der die Antwort schreibt. Und dann sieht es nachher hier auch wieder so aus, als wenn er dann dementsprechend die Frage schreibt. Dass es nicht so ist, das wissen wir alle, aber für viele hat das den Eindruck. Ja, kurz dorschen noch kurz, kurz der Zusatz. Also, dieses Smart Delay für diese drei Sekunden, das dürft ihr aber nicht bei der ersten Nachricht oben liegen. Das ist nicht der Punkt, nicht. Genau. Bei der ersten Nachricht nicht. Ihr dürft es nicht bei der ersten Nachricht machen und in so einem Textfeld darf es nicht als letztes Aktionstool unten stehen. Das darf es auch nicht sein. Also, nicht mit dem ersten Nachrichtenflow, mit einem Delay beginnen und auch nicht bei den Nachrichten mit einem Delay enden. Dann wieder in der nächsten Nachricht lieber oben in einem Delay machen. Ja, also als erstes dann. Aber nicht in der ersten, also die wir hier vorne haben. Ich muss es kleiner machen. Ja, das reagiert immer so schlecht. Kleiner, kleiner, kleiner. Ja. Also, ihr seht hier in der ersten, im Starting Step, da dürft ihr es nicht drin haben, weil dann startet der einfach nicht. Ja, beziehungsweise es würde euch dann schon anzeigen, wenn ihr hier auf Publish geht, dann würde er euch das anzeigen und rot und sagen, hier, das geht nicht, das ist falsch. Ja, der Korsten, der Stimmflick, der zeigt es nicht an. Was? Er zeigt es nicht an. Doch, bei mir zeigt das immer an. Wollen wir es testen? Bei mir nicht. Nee, dann testen wir das doch mal. Dann werden wir ja sehen, ob das... Also, bei mir zeigt das immer an. Wenn es zum Beispiel hier hinten stehen würde... Ja, dann kommt der Meldung, ja. So, pass auf. Jetzt habe ich es hier hinten hingesetzt, dann zeigt er an. Delay, not the last element. Also, es kann nicht das letzte Element sein. So, dann gehe ich her und verschiebe es jetzt mal hier zum Anfang. Verschiebe es mal hoch. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es da auch so ist. Nee, dann macht das. Habe ich recht gehabt. Ja, hast du recht gehabt. Und dann funktioniert der Bot nicht. Passt auch auf. Ich bin auch verzweifelt, bis ich das draufgekommen bin. Ist aber komisch, dass er das nicht als Fehler anzeigt. Also, merken mit der ersten Nachricht, nicht rausgehen mit einem Delay. Und vor allen Dingen nie mit einem Delay im Textfeld enden. Ja, weil dann zeigt das euch an. Also, dann müsst ihr das sowieso verändern. Aber hier oben habt ihr gerade gesehen, das zeigt ja nicht an, dass es falsch wäre. So, jetzt gehen wir mal weiter hier. So, jetzt haben wir das bearbeitet hier. Jetzt könnten wir natürlich hier noch gewisse Tags einbauen. Dass wir sagen, okay, der Kunde ist, also ihr seht das hier unten. Da hat der Peter ein Actionfeld reingemacht. Ad-the-Tech an Affiliate-Marketing nicht interessiert. Das könnten wir hier eins natürlich reinmachen oder hier oben schon zwei. Ist an Affiliate-Marketing interessiert. Ja. Also, das kann man hier auch noch einbauen, um dann nochmal nachher, wenn man solche User nochmal neue Nachrichten zukommen lässt, dann kann man sagen, hey, ich habe hier eine neue Nachricht im Affiliate-Marketing und du interessierst dich ja dafür, deswegen schicke ich dir das. Ja. Dann kann man denen das nochmal zusenden, weil man die dann in der Audience sozusagen gespeichert hat, diese Tags bei jedem. Gehen wir aber mal hier weiter, dass wir hier das bearbeiten können. Wie gesagt, wir machen wieder einen Delay rein, damit das nicht so reinknallt. Nehmen wir gleich ganz hoch. Geht da nicht mit? Wo bin ich denn? So. Setzen wir oben eins hin. So. Dann brauchen wir noch ein zweites. Dann brauchen wir noch ein Textfeld. Genau. Das teilen wir auch zweimal. So. Dann machen wir hier so acht Sekunden rein. Und dann kommt hier das zweite Textfeld. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie der Text eigentlich heißt. Okay. Die Provision beträgt im Affiliate-Marketing normalerweise 30 bis 50 Prozent. Der Verkäufer sieht, von welchem Empfehler das Produkt empfohlen wurde. Also von dir. Und er bezahlt dann die Provision an den Empfehler an dich. Genau. Dann machen wir jetzt hier. Ich würde das hier unten als eine Frage machen, Peter. Ich würde da, du hast es hier erklärt. Und ich würde dann hier unten gleich die Frage stellen. Dann könntest du dir vorstellen, auf diese Weise Geld im Internet zu verdienen. Auf diese Weise relativ einfach im Internet Geld zu verdienen. Also den Absatz vorher wegmachen dann. Ja. Dann hast du eine Frage dann unten. Und es wirkt nicht zu lang. Dann machen wir das gleich mal hier rein. Ich schreibe es mal, könntest du dir vorstellen. Komma. Ja. Komma auf diese Art und Weise. Relativ einfach im Internet Geld zu verdienen. Fragezeichen. Dann machen wir noch ein Smiley hinter. Zack. Achso, nee, das waren die letzten. Ich habe hier unten meine Bilderleiste gelegt, weil ich die nicht an der Seite haben wollte. Aber jetzt stelle ich gerade fest, dass sie mich jetzt hier unten stört. Oh, geht sogar auf den zweiten Bildschirm. Das ist ja schön. Was? Was man nicht alle. Ja, ich habe zwei Bildschirme. Ich habe jetzt gerade meine Zoom-Leiste mit meinem Bildschirm. Ich mache jetzt zwar schon mal auf dem zweiten Bildschirm. Das ist ja cool. So, dann machen wir das hier weg. Dann ist das auch nicht so lang. Hallo. Löschen. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen die Zeile weg. So. So, jetzt haben wir das unterteilt. Ihr seht, hier oben haben wir jetzt sozusagen die Erklärung von Peter. Und hier unten dann sozusagen eine Frage. Dann wieder die zwei Button, dass der User antwortet. Und wir haben zwei Zeitfenster eingebaut. So, da gehen wir auf den nächsten Bereich. Und der ist auch relativ lang. So, ihr seht das schon hier. Also, wenn das auf dem Handy aufpoppt, dann kannst du wahrscheinlich schon dreimal den Bildschirm hochschieben. Das ist einfach zu viel, dass er schlägt. So, super. Dann will ich dir ein Produkt vorstellen, das du ganz leicht empfehlen kannst, weil es für viele Menschen äußerst nützlich ist. So, da brauchen wir also ein Delay, ein Textfeld und nochmal ein Delay und nochmal ein Textfeld. Also, wir versuchen jetzt mal, das hier auf drei Textfelder aufzuweiten, um es einfach für den Leser nachher attraktiver zu gestalten. So. Also, nehmen wir jetzt hier wieder. Das hier oben lassen wir so. Was machen wir denn? So. Und dieses Produkt hat auch für dich als Empfehler zu riesigen Vorteilen. Das sollte wahrscheinlich, sollten das Einzel sein oder was da vorne dran ist? Ja, das ist so ein Icon mit einer Eins drin. Das funktioniert, wird auch angezeigt. Ja, ich mache da bloß mal ein Freizeichen, dass es nicht so anklatscht. Oh, hier groß. Groß ist eh. Das sind Vorteile. Also, das kann man als eine machen. Warum nimmt das jetzt nicht? Hallo. Ich gehe mal über die altmodische Geschichte. So. Textfeld. Und Strommel-V einfügen. Ihr müsst hier immer in dem Feld dann nochmal ein bisschen nachjustieren. Das hat er mir jetzt unten weggenommen. Das wird. Das wird dem Abonnement angeboten. Das heißt, du bekommst deine Provision jeden Monat, solange der Kunde das Abon bezahlt. Punkt. Dann haben wir wieder ein Smart-Delay und dann nehmen wir den zweiten Punkt ein. Und kopieren den in das nächste Textfeld. Also macht es nicht so, dass ihr dann immer die Sachen dann wieder neu reinschreibt. Ihr könnt das rauskopieren, in die Textfelder rein und dann tut ihr nur im obersten Textfeld dann die Sachen wieder rauskürzen oder rauslöschen, die ihr dann unten eingetragen habt. So. Und jetzt haben wir diese zwei Sachen hier schon eingetragen. Zieht dann immer durch. Diese Sachen haben wir schon eingetragen unten. Dann jetzt geht es bloß noch um das letzte Textfeld. Das nehmen wir uns auch gleich hier weg. So. Müssen wir noch ein Delay reinmachen. Und nochmal Textfeld. Da haben wir jetzt hier dann die Frage rein. Und gehen nochmal hoch und löschen das hier raus. Jetzt könnten wir auch, weil wir ja gesagt haben, wir machen oben auch immer nochmal drei Sekunden rein. Müssten wir dann wieder runterscrollen, jetzt ein neues Delay erstellen oder anklicken. Können wir aber auch hier machen. Klickt hier auf Kopieren. Dann habt ihr hier ein zweites drin und nehmt eins davon und schiebt es nach oben. Auch ganz schnell gemacht. So. Dann gehen wir runter. Stellen hier mal fünf Sekunden ein. Habt keine Angst, dass da zu viele Felder drin sind, zu viele Delays. Das merkt ihr nachher auf dem Handy gar nicht. Das sieht aus, als wenn jemand unten schreit. Und dann zack kommt der nächste Text. Den kannst du wieder in Ruhe lesen. Und wenn du fertig bist, dann kommt wieder der nächste Text. Deswegen müsst ihr das auch mal durch akzeptieren. Aber das zeigen wir euch dann gleich am Bildschirm. Jetzt hier. Nömer hochsetzen. So. 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 Dann sind wir damit fertig. Ihr seht, das ist jetzt hier ein bisschen länger geworden, weil jetzt die Smart Delays drin sind. Muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen justieren, die einzelnen Felder. Aber passt das soweit. So. Dann gehen wir in das nächste. Ah, hier. Da haben wir schon mit was gearbeitet. Da war es dem Peter dann doch etwas zu lang, oder? Das war dann sogar am Computer zu lang, ja. Okay. Ja. So. Hier machen wir das Gleiche. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Produkt, das Bildung, das würde ich alles in einem lassen. Nächste. Zwei. Drei. Vier. Also eins. Machen wir drei. Drei erstmal. Und dann machen wir die auch nochmal hier. So. Dann machen wir jetzt mal ein paar Textwörter. Also Smart Delay. Textwörter. Und dann machen wir das jetzt hier mal auf Copy. Copy, Copy, Copy. Copy, Copy. So, jetzt nennen wir wieder eins nach oben. Hallo. Ja, ich will ganz nach oben. So. Dann mal eins oben. Machen wir mal ein Textfeld hoch. Das heißt, wir wollen es gleich lassen. Weil jetzt haben wir hier noch ein Smart Delay drin. Dann ziehen wir hier oben aus dem Text schon mal was raus. Also, das würde ich drin lassen, okay, das Produkt heißt Builderall. Builderall ist eine All-in-One-Plattform, die alle Werkzeuge bereitstellt, die man fürs Online-Marketing braucht. Punkt. Fertig. So. Dazu gehören. So. Dann kommt eine Aufzählung. Strom Kopie, fügen wir hier ein, zack, hier oben wäre schon mal das gleich raus. Wenn du dir ein bisschen Arbeit sparen möchtest, schneid es doch aus mit STRG-X, dann ist es oben gleich raus und kannst unten einfügen. Danke, auch wieder was gelernt. Oder mit Rechtsklick ausschneiden, genau. Mit Rechtsklick? Text markieren, Rechtsklick ausschneiden. Ach so, ja. Dann haben wir uns das hier von hier oben runter. Ach so, X sollte ich machen, ja. Zack. So. Dann nächste freie Textfeld. So. Das ziehen wir uns jetzt so hoch. Das ist schon richtig, ne? Ja. So. Dann brauchen wir ein Zorn-TV. Ja, ich will noch eins hoch. Zieh, 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 zieh. Okay. So. Das kopiere ich mir, zieh, 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 zieh. So. So. Jetzt geht's von oben runter. Ach, Sekunden. Das wäre ein bisschen viel. Ein paar Worte. So. Und das hier würde ich etwas mehr auflisten. Da würde ich halt dementsprechend halt dazu gehören, dazu gehören, ein Webseiten-Baukasten. Ein professionelles E-Mail-Marketing-Programm. Das ist ein bisschen lang. Äh. Ich will noch mal einen wegnehmen. Da kann man dann hin. Da kann ich mir was vornehmen. Ja, das Programm kann man auch wegnehmen, denke ich. Ja, genau. Video-Aerstellung, Webinar, Messenger-Marketing. Und viele andere. Das würde ich auch anders formulieren. Ähm. Und viele andere nützliche Tools. Das mit 25 würde ich weglassen. Ähm. Weil da kommen ja jetzt sogar noch ein paar mehr. Äh. Viele andere nützliche und notwendige Tools. Vielleicht umformulieren und weitere nützliche und notwendige Tools. Mhm. Mhm. Genau. So. Also jetzt noch ein neues Textfeld mit reinmachen. Das tut mir immer schlimmer. Jetzt sehe ich das. Kopieren. Und zwar. Jetzt haben wir das zweimal. Und zwar. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, was jetzt kommt. Und der Ober, der absolute Wahnsinn ist aber die neueste Produkterweiterung. Beweiterung. Beweiterung. Namens. 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 Kann was. Da machen wir noch einen. Das muss auch irgendwie schräg sein. Der Game Changer schlechthin im automatisierten Funnelaufbau. Habt ihr das schon gesehen? Ja. Wird ein Wegeantrag. Also. Wem Funnel Lütix was sagt und der da mal schon mal ein bisschen so im Bereich Funnelaufbau seinen Funnel selber mal gestrickt hat. Ja. Dann kommt ein E-Mail nochmal hier und dann machen wir noch einen Upsell hinten rein etc. Sowas kann man alles bei Funnel Lütix gestalten. Auch eine Free Version. Und dann gibt es bei Funnel Lütix eine Kaufversion. Die ist recht teuer. Ich glaube ich kostet ein paar hundert Euro. Aber im Monat glaube ich sogar. Und da kann man dann seinen eigenen Funnel so wie er ablaufen soll mit einzelnen Drag and Drop Geschichten halt selber gestalten. Und so wird der nachher auch abgebildet. Also du brauchst dann nur noch deine E-Mails einsetzen. Also deine Texte überall einsetzen und Bilder einsetzen und das war's. Also komplett mit Landing Page etc. wird der dann gestaltet. Ja. Und das gibt es jetzt hier im Builderall. Die Katharina ist schon in der Testphase damit. Also die darf das schon testen. Und das wird richtig, richtig genial. Also das ist mal ein mega, mega, mega Aufwertung für Builderall. Also das gibt es bisher, wie gesagt nur bei Funnel Lütix habe ich das gesehen. Das ist ein mega Teil und das würde ich hier extrem reinschreiben. Weil das ist für neue Leute der Wahnsinn schlechthin. Weil da kann sich jeder neu sein Funnel selber bauen, den er so im Kopf hat. Der wird dann auch so dargestellt. Ob der dann nachher funktioniert oder nicht funktioniert, steht noch außer Frage. Ich weiß nicht, ob das Canvas das nachher auch gegenprüft. Wahrscheinlich schon. Also die werden schlecht beraten, wenn hinten ein Opt-in-Baukasten kommt. Und am Schluss, da müsst ihr dann gleich wieder die Warnlampe angehen und sagen, ja, nee, muss vorne hin. Mhm. Ähm. So. Dann machen wir jetzt nochmal auch nochmal die Leere rein. Und das Ganze zu einem monatlichen Preis von, je nach Nutzungsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm. Das würde ich anders schreiben. Ich verschreibe von 2690 oder 4490, je nach Nutzungsmöglichkeiten. davon bekommst du als Empfehler dann, wie gesagt, im ersten Monat 100%, in Folge immer 30%. So. Sind wir nochmal in dem? Ja. Ja. Und das Gute ist, du musst selbst überhaupt nichts bezahlen. Wie meinst du denn das dann jetzt, Peter? Wenn er das als Affiliate vertreibt? Genau. Das ist ja die Änderung bei Builderall. Die ganze Zeit hat man Builderall nur als Affiliate vertreiben können, wenn man selbst ein Business-Account hatte, für 4490. Und das fällt jetzt weg. Jetzt kann jeder das Produkt empfehlen, ohne was bezahlen zu müssen. Das ist das neue. Würde ich da nochmal reinschreiben. Und das Gute ist, als reiner Affiliate Partner benötigst du keinen eigenen Account? Genau. Benötigst du keinen eigenen Account? Hast du keinen eigenen Account? Und. 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 Sagen Sie heute mit meiner Tastatur hier auch irgendwas nicht ganz. und musst. Musst. Deshalb. Auch. Keine. Monat. Ich würde nicht sagen bezahlen, sondern entrichten, weil vielleicht kommt der ja auch noch auf den Gedanken und dann haben wir immer das Bezahlen drin. Bezahlen ist immer so, du musst bezahlen, ist immer so negativ. Und keiner bezahlen. Und keiner bezahlt immer gern. Entrichten. Alles, was du tun musst, ist das Produkt deinen Freund und Bekannten zu empfehlen. Das ist noch ein i zu viel. Das klingt ja nach eintrichten. Achso, ja. Eintrichten, ja. Entrichten. Entrichten. Ja. So. So. Das würde ich als eine noch, dann machen wir nochmal den Text. Also machen wir das hier. Achso. X. Ja. Ich lerne auch noch. So. Dann ist das da drin. Hier auch. Bist du dabei? Das würde auch so gehen. So. Das heißt, wir haben das ganze Ding jetzt recht gut gestaltet. gestreckt. Wenn ihr mal seht, wie lange das jetzt aussieht, die Textnachricht, ist natürlich auch schon gewaltig. Da müsste man schauen, ob man da vielleicht nicht nochmal einen Zwischenschritt einbaut. Zum abschließenden Teil. Und da brauchen wir, okay, klasse. Also unten ist der Link, über den du dich als Empfehler bei Builderall völlig unverbindlich anmelden kannst. Melde dich an, gib deine Note in den Daten ein, fertig. So, das würde ich als eins machen. Du musst dann nur noch deine Adresse bestätigen und hast dann Zugang zu deinem Dashboard und für sieben Tage zu den Tools von Builderall. Du musst dann nur noch deine Mail-Adresse bestehen und hast dann sieben Tage... Hat der denn als Affiliate auch Zugang dann immer zu Builderall? Sieben Tage lang, also sieben Tage Tester. Ja, aber als Affiliate dann nicht weiter, ne? Also er kann dann nicht weiter werben, aber kommt ja nicht dann mehr ins Dashboard rein, oder? Ja, das ist ein Affiliate-Dashboard. Das ist wohl ein eigenes Dashboard. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen. Ja, ich auch nicht. Weil ich habe den Account, ich habe keine Ahnung, wie das Affiliate-Dashboard aussieht. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht, wenn sich jemand anmeldet als Affiliate, ob ich das irgendwie mitkriege oder so. Ich weiß nicht, ob sich Christian jemand angemeldet hat oder nicht. Ingrid, hast du dich angemeldet? Du hast ja den Funnel durchlaufen. Noch da? Ingrid ist schon schlafen gegangen. Ingrid ist schon schlafen gegangen. Na gut. Ne, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich habe mich noch nie angemeldet. Ach so, okay. Ich wollte mich anmelden, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll und was ich da machen soll. Also ich hoffe, einfach nur auf den Link klicken und... Ja, aber da steht, ich habe das alles mit durchgelesen, da stand da, dass ich ihr meinen Sponsor fragen soll oder wie auch immer. Wahrscheinlich brauche ich da einen extra Link dazu oder so. Weiß ich es nicht. Ne, eigentlich nicht. Da stand nämlich, was da, dass man da fragen soll, dass man sich über den melden soll, oder ich weiß nicht genau jetzt, wie das gemeint war. Kommt drauf an, Peter, welchen Link du geschickt hast. Ob das schon dein Empfehlungslink war oder ob das die normale Seite war für den Testzugang. Ne, das war der Affiliate-Link. Also zur Anmeldung als Affiliate. Aber da waren ja zwei Links. Da waren ja unten ein Link und unten war noch mal was. Auf der Seite oder was? Ja, da war oben war so ein Link. Und unten war dann die Seite da, wo ich da auch draufklicken konnte. Also, wir machen mal hier weiter kurz. Ja, da kannst du mal den Link in den Chat stellen, dann melde ich mich mal drüber an. Ich gucke mal, wie es aussieht. Da müsste ich mal die Maus jetzt, die Gewalt über die Maus übernehmen. Ach so. Ja, dann mach, ja. Wie komme ich jetzt in den Chat? Unten auf Chat klicken. Unten, 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 unten habe ich eine Schwanze. Siehst du die nicht? Nö, ich muss jetzt gerne, glaube ich mal. Warte, warte, sonst stelle ich es rein. Lass mal so. Ja, ja. Ich stelle es rein. Ist drin. So. Nehmen wir da wieder aus. So. Wo waren wir denn jetzt? Genau. Ah, dam, dam, dam. Und das machen wir auch in eine extra. Ja. So, jetzt haben wir ja hier oben den Button. Da klicken wir mal drauf. Ich sehe nichts. Nee, du siehst nichts. Kein Bildschirm? Bitte? Du kommst mit dem Link nicht weiter, oder was? Ja, Hans-Dieter. Also, den kopieren wir uns jetzt erstmal. Ich hoffe, der ist richtig. Gehen hier wieder runter auf die letzte Nachricht und kreieren jetzt hier selber nochmal einen neuen Button. Gehen auf Open Website, weil wir wollen ja dann zu Builderall weitergelinkt werden mit dem Ref-Link. Wirdest du das genannt hier anmelden, oder? Zur Anmeldung. Zur Anmeldung. Da fehlt noch ein Set. Kann man nochmal hier dann ein Icon hinzumachen. Am besten ist so eine Hand. Machen wir die. Zack. Also, kurze Info zwischendrin. Der Link funktioniert. Funktioniert. Ja, okay. Super. Gut. Dann müssen wir das hier oben bloß noch auslöschen. Also, den Button löschen. Gehen auf Delete. So, dann haben wir hier eine ganz normale Nachricht. Okay. So, dann kommt wieder Smartity. Okay. Hatten wir eigentlich schon oben eins? Nee, ne? Nee, oben ist noch keins. So, probieren wir das gleich. Und. Schieben wieder eins nach oben. Was ist denn das los? Jetzt können wir auf drei Sekunden stellen. So. Ach. Da haben wir zwei Button hier. Die, was ist denn das? Die heißt? Die, 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 die ist die. Die, die. Dann haben wir hier das. Das tun wir auch noch fünf Sekunden stellen. Und dann haben wir die Anmeldung. So. Jetzt sind wir fast durch. Jetzt haben wir aber oben noch einen Bereich gehabt. Wo wir hier rüber gegangen sind. Das haben wir schon verändert. Dann müssen wir das noch verändern hier. Das erste. Und wieder eins, zwei, drei. Oh, Smarttelie rein. Textnachricht rein. Smarttelie rein. Smarttelie rein. Okay. 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 So, jetzt haben wir diese Nachricht auch hier umgekürzt. Ingrid, du musst mal dein Mikro ausmachen. Ist schon erledigt. Okay. So, dann tun wir hier nochmal einstellen. So, sechs Sekunden. Und dann war es das. Jetzt tun wir den ganzen erst mal sichern hier. Tun wir uns noch ein bisschen schönziehen. Da hast du ein Mensch, drücken wir mal das kleine über den Button, drücken wir da drauf. Wo? Über den Zauberstab. Den hier? Ja, drücken wir drauf. Okay, ja manchmal zaut es dir dann aber den Bot richtig. Ja. Wir probieren es mal. Drücken wir mal. Gib doch. Ja, macht das. Ich habe schon Bots gehabt, da hat er das aber so verhauen. Ja, aber ich habe wieder was gelernt. Das kann dich auch noch nicht. Die Zauberstab-Funktion ist echt gut. Also da kannst du den Bot nochmal richtig schön sortieren. Dann sieht er richtig nett aus und du hast dann hier unten deine Abgänge dann. Jetzt haben wir hier, aber das ist jetzt natürlich immer ein bisschen schwieriger zum zeigen. Für die Ansicht vom Bot ist es nachher schön. Ihr seht, wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Smart Delays reingemacht und nur mal kurze Nachrichten. Jetzt kann man natürlich nochmal irgendwo ein Bildchen reinsetzen. Ja, das kann man natürlich noch machen, um das Ganze noch ein bisschen aufzufrischen. Ja, zum Beispiel hier, wenn man die ganzen Tools benennt, die es hier hat oder vielleicht dieses neue Tool, dass derjenige sich darunter was vorstellen kann. Dann geht man da mal rein und macht so ein Bild. Die Katharina hat ein schönes drin. Warte mal, das können wir vielleicht gleich mal rausziehen. Warte mal, ich gucke mal. Katharina hat da ein schönes drin gehabt heute. Hier ist es. Das ziehe ich mal raus. Speichern runter. All. Ich lege das mal rein. Kann was. So. Könnte man dann noch hergehen und sagen, okay, Okay, man geht hier nochmal in den Funnel rein, wo die ganzen Produkte aufgeführt werden und macht, weil sich jeder kann nicht was darunter sich vorstellen, aber vielleicht dann bildlich dann schon mehr. Und geht rein und macht hier noch ein Bild dazu. Dazu müssen wir hier nochmal wieder runterscrollen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das so lang ist. Und geht hier auf Image, also Bild einfügen. Klicke ich mal drauf. Also, ich habe das Bild. Hahaha. Ich schicke ich dir das schnell. Ich schicke es dir schnell im Messenger. Dann musst du das mal bei dir ablegen. Ja, warte mal. Dateien hinzufügen. This is all. Hallo. Warte mal. Ich schicke es dir gar nicht rüber, Peter. Hm. Ich muss bloß in deinem Bot nochmal gehen. Hey, ich muss erst mal Hunde laden, oder? Nee. Achso, ja, da, ja. Uh, bist du da rein. Achso, du bist so rein. Hä? Ah ja. Kann ich jetzt ein Bild kopieren und einfügen, oder muss ich speichern? Nee, du musst es speichern. Legst dir irgendwo hin. Oder legst du auf dem Desktop. Ja. Oder so. Bilder. Und das. Genau. So. Genau. Und dann. Da kann was, oder? Ja, super. So. Dann haben wir das da reingefügt. Und jetzt gehen wir wieder mit dem, nee, das will ich abbrechen. Nehmen wir wieder den Schieberegler und schieben das dort hoch, wo wir es hinhaben wollten. Ja, runter. Hallo. Da lassen wir das stehen und dann sieht das gleich ein bisschen nett aus, dann lockert das auch ein bisschen auf und für den User ist das interessant zu sehen, dass da noch ein schönes Bildchen drin ist und er kann sich da noch mal bildlich was vorstellen. Und das kann man natürlich mit vielen Sachen machen, wenn man so irgendwas, ein nettes Bildchen hat, dann kann man das mit reinnehmen, man kann auch mal zwischendurch ein Bildchen mit reinnehmen, was kann man da sagen, zum Beispiel jetzt hier 30% Provisionen, sondern 100 gleich zum Anfang, da kann man darunter jemand mit ein Bild machen, der irgendwie Geldscheine hält oder so. Ja, das ist immer auch nochmal was Visuelles, was die Leute anschauen und sagen, ey cool, ey, der kriegt gleich so viel Kohle. Ja, dann muss ich unbedingt weiter gucken, was das ist und wie das da weitergeht. Das lockert halt so ein Bot auf. Ja. Dann haben wir den Bereich, da wollte ich auch noch drauf eingehen kurz. Jetzt haben wir ja so den Fall, wie zum Beispiel hier. Was war das hier? Was war das hier? Wenn der sagt, nichts für mich. Ja. Jetzt geht der hier raus, ihr seht das ja hier, hier geht die Verbindung dann raus, runter zu dem Fenster. Und in dem Fenster sagt der Herr Peter dann, okay, ich will dich nicht weiter länger stören und habe einen wunderschönen Tag. Okay. Hier würde ich noch nicht aufgeben. Also, hier würde ich dann eher noch einen Ansatz bringen und sagen, erstmal würde ich da vielleicht noch einen Tag reinmachen, aber den hast du vorne ja schon. Ein Tag reinmachen ist nicht an Builderall interessiert, ein Affiliate Marketing. So. Und würde dann, es geht aber auch nur in der Pro-Version, würde dann ein User Input machen, wo ich den nochmal abfrage. Was interessiert dich denn dann? So. Okay. Dann gibt er mir ein Textfeld. So. Und wenn ich dann sehe, was den interessiert, kann ich ja dann da nochmal weiter nachhaken. Also, ich gebe halt was vor. Ich mache mir eine Auswahl vor. Was interessiert dich denn dann im Online-Marketing? Das, 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 das. Ich gebe das vor. Und wenn auf eins von denen klickt, kann ich danach nochmal hier unten nochmal einen neuen Flow beginnen lassen. Ja. Also, ich würde hier dann zum Beispiel wie eine Art entweder eine Liste machen oder halt wie gesagt einzelne Quick Replays machen. Das sind ja diese verschwindenden Button. Ich kann auch drei feste Button machen hier. Aber ich würde drei Quick Replays machen. Davon kann man, kann man auch vier oder fünf machen. Wo man dann den nochmal speziell fragt, was interessiert dich denn dann, wenn Bilderall für dich jetzt nicht so das richtige Tool ist. Mhm. Ja. Dann hat man nochmal so, so eine Abfrage von denen. Kann das auch nochmal spezifizieren dann mit einem Tag, ja. Dass man dann reinschreibt, weiß ich. Den interessiert YouTube-Marketing. Ja. Dann kann man reinschreiben, ist interessiert dann YouTube-Marketing. Warum? Was kann man dann machen? Kann man natürlich dann in die Community einladen oder halt direkt auf die Baba-Media-Geschichte schicken oder auf Edo-Page, um denen dort, was wir letztens im Webinar hatten, eins von den Paketen zu schicken, wo er sich Traffic zum Beispiel einkaufen kann für sein YouTube-Video. Ja. Also nicht diese Leute, diese Interessenten zu schnell verschenken, wenn die Nein sagen. Ihr wisst, jedes Nein ist immer eine weitere Herausforderung. Ja. Und da dann immer versuchen, den vielleicht nochmal zu spezialisieren. Und wenn er dann irgendwann dann nochmal sagt, nee, ist alles nicht interessant, dann muss ich ihn natürlich fragen, warum bist du überhaupt hier in meinem Messenger? Ja. Der kann ich auch wieder dann losschicken. Dann brauche ich den auch nicht, weil, was will der dann da? Ja. Also ich habe ja, mache ja so ein Bot, um dementsprechend Content zu geben und irgendwo Leute, Leuten was Tolles zu verkaufen oder sie in unsere Community zu bringen. Ja. Das ist ja das Ziel von so einem Bot, dass ich da Verkauf mache, Content biete etc. Aber ich liefere nicht ja jedem Content, Content, Content. Und zum Schluss sagt er, nee, war alles schön, aber eigentlich Interesse habe ich eigentlich ja nichts. Brauche ich den auch nicht, weil der stört mich ja nur. So. Das waren so meine Sachen, was ich jetzt gesehen habe. Jetzt können wir eins machen. Jetzt tun wir das mal publishen hier, dass das gesaved ist. Und dann könnt ihr immer, und das ist immer das, was ihr machen solltet, geht auf Preview und testet euren Bot. Ja. Ihr könnt dann auf Open Messenger gehen. Dann wird er geöffnet. Und dann startet diese Abfolge in eurem Bot. Seht ihr das jetzt hier? Ja. So. Fehlt aber jetzt das Quick Reply. Ah, jetzt noch so. Kommt jetzt. So. Dann klicke ich auf Ja, sicher doch. Ja. So. Und ihr seht, jetzt schreibt da unten die drei Punkte. Der Peter ist gerade voll am Schreiben und ist begeistert, dass ich das alles lese und schreibt. Und ich denke, Mensch, der tippt aber fleißig ein dort. Und es überfordert nicht, indem ihr das dann gleich so beng die Nachricht reindrückt. Ja. So. Klar. Auf jeden Fall ist das interessant für mich. So. Jetzt kommt wieder die kleine Pause, was da Hans Dieter uns vorgeschlagen hat. So. Dann kommt die erste Nachricht. Zack. Ich kann das lesen. So. Dann kommt die nächste. Und jetzt würde eigentlich schon beng die gesamte Nachricht kommen. Jetzt habe ich aber erstmal Zeit, diese einzelnen Absätze immer zu lesen. Da sollte man vielleicht, jetzt habe ich gerade festgestellt, das Smart Delay doch nochmal ein bisschen länger machen. Aber das kannst du ja dann noch einstellen, Peter. Ja, ja, genau. Wenn du da vielleicht mal ein Bildchen hinzufügen willst. So. Und am Handy ist das immer ganz toll zum Testen auch. Dann habe ich jetzt hier wieder festgestellt, dass man das dann auch nochmal am Handy testet, wie das da ausschaut. So. Ihr seht, er schreibt gerade wieder der Peter. Der ist ganz fleißig, kann das ganz gut. Hallo. Thorsten, ich habe eine Frage. Ich habe mich gefragt, ob man das abschalten kann, was man bekommt, wenn sich einer eintritt ins Boot, die Nachricht nimmt, dass die nicht immer so gestört wird. Auf was kann? Ja, du weißt aber, wenn sich einer in ein Boot einträgt, kriegt der Smartphone doch so eine Nachricht, dass sich einer eingestanden hat, dass man es irgendwie lautlos stellen kann. Weißt du das vielleicht? Ja, das kann man. Das geht, ja. Das geht? Ja. Wie? Weiß ich jetzt nicht. Aber es geht. Es geht über Manichet. Es geht über Manichet. Es ist sehr geschäftig eingebunden und es fühlt sich halt sehr… Du hast in Manichet mehrere Optionen, ob du lautlos die Nachricht überbringen willst oder mit Ton oder… Und dann gibt es noch eine Reduktion. Aber das kannst du einsteigen. Unter Nachrichten. Unter Nachrichten. Unter Nachrichten. Unter Nachrichten. Unter Nachrichten. Nein, nicht. In Manichet. Ja, genau. Ja, in Manichet. Weißt du, ihr wisst halt. Trägt sich einer ein, dann geht es weiter als Prozess und dann kriegst du immer eine Nachricht, dass sich einer die Nachricht gelesen hat und es will sie halt abstellen, dass sie sowas nicht bekommt halt. Ja. Das ist der nicht. Der nicht. Der nicht. Der nicht. 3 Settings. Ja. Da muss ich schon unter Nachrichten, die Notification reingehen. Dort müsste man das… Nein, nein, das sind die Nachrichten an mich, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Aber ich weiß jetzt, ja, aber es geht. Irgendwo geht es. Ja, ich habe es auch schon gesucht, ey. Vorher nicht so. Ja, wui, ja, gute Frage. Warte mal, ist das nicht eigentlich bei Generals drin? Muss man noch reingehen? Das solltet ihr auch ab und zu mal machen, hier auf Refresh Permissions. Da wird immer noch mal neu abgedatet zu Facebook. Das solltet ihr ab und zu mal machen und das Programm auch neu abgedatet. Warum die jetzt? Keyboard. Input. Ich finde es jetzt auch nicht. Ich schaue mal nach, Peter. Ja, okay, dann kannst du mir ja beschätzen. Das steht unter Live-Chat. Was? Das steht unter Live-Chat. Ja? Okay. Ja, Sound-Notification. Ah, okay, okay, okay. Ja, du hast ja auch keine Fäße. Du kannst ausklicken, ne? Ja. Ah, gut, er ist da, Dieter, danke. Peter, lass ich das mal an. Der mag das, wenn das klingelt. Nee, ja, ich ja. Ich ja. Mein Partner ist halt sehr schäftig eingeworben. Ja, Peter, du, bei dir ist das ja Musik. Bei dir spielt er so eine Melodie. Der geht also la, 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 la. Der Peter müsste der Peter müsste das ganze Handy stumm schalten. Nee, nee, nee. Das geht nicht. So, also, wir gehen noch mal wo haben wir das denn jetzt? Wo waren wir denn? Kannst du noch mal auf den Links klicken? Ist der hier? Messenger? Messenger? Ja. Ja. Nee, auf deinen. Wo waren wir? Das da meinst du, oder? Ja, aber das ist ja auf den, den wir gerade getestet haben. Ja, das müsste der sein. Nee, ihr seid jetzt gerade im Facebook Messenger und ihr müsst in den eigentlichen Messenger. Ja, ja. Wo sind wir? Ich sehe den nicht. Ah ja, ja. Ja, hier. Letzte. So, also hier sind wir jetzt nochmal wieder durch. Ja. Und dann jetzt noch den letzten Part. Dann seht ihr es immer. So richtig DSG-EV-Konform ist das auch nicht, was wir hier machen. Wenn man links die ganzen Namen sieht hier. Ja, das denken wir uns mal alles weg. für's. Das denken wir doch sowieso alle. Ja, ja. Das ist der Mars. So, und dann ist das alles etwas smarter und kommt auch etwas leichter rüber und es ist für den User einfach besser zum Lesen und die Absprungrate ist nicht so hoch. Und wie gesagt, man kann jetzt noch dementsprechend Text hinzubauen, dass man dementsprechend halt nochmal dann abfragt, ist er über den Schritt der Anmeldung zum Beispiel gegangen, hat er auf den Anmelde-Button geklickt. So was kann man alles noch dazu bauen. Ja, wir sind schon nämlich wieder hier schon anderthalb Stunden unterwegs. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, wie gedacht, aufgrund der Anfangsschwierigkeiten. Aber das gehört ja alles mit dazu. Wir sind ja live und kann uns auch mal passieren, dass wir da nicht richtig weiterkommen. Gehen wir mal zurück nochmal in Mini-Chill. Das ist glaube ich hier. Ich sehe das bei mir dieses blöde Steuerungsding von Dings dazu. Ja, ja. In den Flow? Ja, ich klicke jetzt nochmal bloß noch hier rein. So. Ihr seht, das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, weil natürlich die Textfelder jetzt extrem lang sind. Das könnte man natürlich noch vielleicht ein bisschen kürzen oder so, aber das finde ich schon so in Ordnung. Und wie gesagt, hier unten kann man dann dementsprechend da, wo der User Nein sagt, das ist für mich nicht interessant, dann nochmal nachhaken und vielleicht noch was einbauen, dass man abfragt, okay, was ist denn dann für dich interessant, zack, 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 das oder jenes. Und wenn er gar nichts davon dann anklickt und sagt, nee, ist alles für mich interessant, dann würde ich die Frage stellen, glaubst du, dass du hier richtig bist oder ich glaube, du bist dann hier nicht richtig, weil ich gerne Content liefere und meine Abonnenten hier damit beglücken möchte. Wenn du daran kein Interesse hast, dann trag dich doch bitte aus, weil ich möchte dich nicht nerven. Und das muss man den Leuten auch offen so kommunizieren, weil das bringt dir nicht weiter und dann hast du nur Leute drin, die sagen, ich habe schon wieder eine Broadcast-Nachricht richtig gekriegt, bitte tragen Sie mich aus, tragen Sie mich aus. Dabei kann er sich selber austragen, wenn ein Wort und somit wäre das ein Flow und wenn ihr dann in die nächste und den könnt ihr ganz einfach so gestalten und wenn ihr das zum Beispiel rausschicken wollt an eure Teilnehmer, dass ihr sagt, hey, ich habe jetzt hier ein Flow gebaut, das möchte ich gerne, dass meine Teilnehmer den kennenlernen, dann kannst du auch über das Broadcasting gehen, gehst hier rein und sagst Broadcast vom Flow. Das heißt, du schickst einfach diesen Flow, klickst hier drauf und sagst Select this Flow und dann schickt er diesen kompletten Flow raus. Den brauchst du dann nicht hier vorne sozusagen bilden, sondern den hast du da hinten, weil du willst ihn ja mal vielleicht irgendwann wieder verändern und hast das Ding gebaut und dann hast du schon gesehen, wie wir jetzt zum Anfang hier rumgeeiert sind im Broadcast, das Ding zu verändern oder rüberzuschieben oder was anderes zu machen. Wenn du das als Flow hast, kannst du immer sagen, hey, das war ein toller Funnel, den ich da gebaut habe, toller Flow als Broadcast rausgeschickt, da sind die Leute draufgegangen, jetzt habe ich ein anderes Thema oder ein anderes Produkt, ich tausche schnell die Sachen ein bisschen aus, weil das Ding hat funktioniert, dann kannst du das ganze Ding wieder kopieren im Flow, benennst das anders und schickst es wieder nachher als Broadcast-Nachricht raus. Ja. Und deswegen, ich gehe sehr, sehr, oder ich mache das eigentlich jetzt nur noch über die Broadcast-Geschichten, dass ich dann halt als Flow das rausbringe, weil besser geht es einfach gar nicht da. Sonst bist du ja immer dabei und musst immer hier im Broadcast dann diesen Flow bauen, nachbauen. Da bist du ja jedes Mal in den Stunden beschäftigt, die du das Ding da fertig hast. Das ist richtig, ja. Bist du fertig soweit? Ich bin soweit fertig, ja. Du hast gestern noch eine Anmerkung geschrieben, dass wenn Leute, die schon bei Bilderall sind, die werden sich wahrscheinlich nach der nächsten Nachricht abmelden, nach der letzten Nachricht abmelden. Genau, genau. Das habe ich nicht verstanden. Genau, ich würde, und zwar, jetzt muss ich mal hier rausgehen wieder. Nur mal Broadcasting, das können wir ja löschen jetzt hier. Das löschen wir hier raus. Und das hier löschen wir auch raus. Die Kopie der Kopien. Und ich würde, das ist das Nächste, wenn ich jetzt hier im Flow bin, ja, und alles toll präsentiere, und deswegen, glaube ich, wollte ich auch, dass diesen, ich gehe nochmal hier ein. Deswegen wollte ich auch diesen Bereich hier, den würde ich kürzen. Und zwar, du hast ja jetzt hier das Thema, also ich würde, ich würde das hier, hier nochmal abschneiden. Hier. Und hier sagen, okay, das Produkt heißt Bilderall. Bilderall ist eine, All-in-One-Plattform, alle Werkzeuge, die alle Werkzeuge bereitstellt, die man fürs Online-Marketing braucht. Und dann würde ich eine Frage machen und sagen, bist du schon bei Bilderall oder hast du schon einen Bilder-Account oder hast du noch keinen? Hat er schon einen neues Textfeld auf und sagen, ey, toll, super, dass du da drin bist. Nutzt du denn auch schon unsere Workshops in unserer Community, in unserer Baba-Community? Nein, noch nicht? Boom. Dann schicke ich dir den Link zum Messenger. Weil das kann ja sein, dass der aus einer anderen Bilderall-Geschichte kommt von irgendeinem anderen Bilderall-Downline oder Upline und ist auf deine Nachricht gestoßen. Ja. Oder wenn du das postest, du kannst das ja auch mit dem Flow dann posten, machst daraus ein Go-Tool nach vorne raus und postest das in Facebook. Jetzt kommt er hier rein und ist ganz gespannt, was du ihm jetzt präsentieren willst und dann kommst du, Bilderall, dann sagt er, äh, kennen wir schon. So, dann sagst du aber, ey, kennst du schon unsere kostenlosen Workshops in der Baba-Community? Nö, das kennen wir noch, wie? Bilderall-Kostenlose Workshops? Ist ja cool, will ich dabei sein, wie komme ich da hin? Und zack, hier ist der Link zu Baba-Community. Ah, ja, okay. Du schätzt ihn gleich dort rüber, hast einen Partner gewonnen und hast ihm im Endeffekt nichts verkauft, aber der weiß dich zu schätzen, dass du ihm eine Info gegeben hast für einen neuen Content. Okay. Warum soll er dann nicht weiter in deinem Bot bleiben? Ja, weil er sagt sich, ey, der Peter ist cool, der hat mich hier in eine Community reingeholt, wo die tolle Workshops machen in sämtlichen Richtungen, ManyChat und Bilderall, cool, ja, so, das heißt, den kannst du jederzeit wieder angehen, indem du dann einen Tag machst dort, kennt schon Bilderall, ja, also du setzt dann dort eine Action rein, kennt schon Bilderall und leitest den dann dementsprechend nur die Community weiter. Der kriegt einen Tag, ist schon Bilderall oder hat schon Bilderall und dann, wenn er es nicht hat, dann leitest du den weiter in den Bereich hier runter, ja, dass der dann Bilderall kennenlernen. Aber hier oben würde ich das dementsprechend rausnehmen und da dann, wie gesagt, nochmal ein kleines Textfeld machen und den weiterleiten. Okay. Weil, weil, weißt du, wenn der, jetzt ist er dann hier, hier genervt, weil, weil ab hier schießt du den dann mit den ganzen Informationen zu. Ja. Die kennt er ja schon alle, alle, ja, weil du siehst ja selber, das geht ja dann bis hier runter. Das heißt, das bekommt er noch alles bäm, 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 bäm hinterher. Ich schicke dir nochmal eine ganze Information, falls du nicht weißt, was Bilderall ist, hier, vielleicht hast du ja auch bloß einen Account for free gehabt und jetzt bäm, bäm. Dann ist der irgendwann genervt und sagt sich, was ist denn das? Ich habe doch gesagt, ich kenne das. Oder, der fragt ja nicht mal, ob ich das kenne. Ja. Wie du das einbaust, weißt du? Ja, ja. Okay. Also für alle, die jetzt hier da vielleicht ein bisschen unwissend gucken, können wir, wenn der Peter das eingebaut hat, können wir das vielleicht beim nächsten Mal präsentieren. Das heißt, wir kürzen einfach hier, machen wir ein extra Textfeld raus, was wir hier vorne hinsetzen und wenn er da dann bestätigt, ja, kenne ich, geht er in nochmal ein extra Textfeld und wird dort auf unsere Community geleitet. Also er ist nicht als User oder als Interessent verloren. So, weil hier könnte es ja schon sein, dass er sagt, nee, komm, ich trage mich mal aus, weil ich kenne ich schon. Ja, der bietet den Builderall an. So, aber nee, der Peter bietet noch eine geile Community an und da schicken wir ihn dann hin. So, und klickt er dann auf Nein, dass wir hier unten einen Button dann machen, Nein, kenne ich schon, kenne ich noch nicht, dann kommt er erst hier unten in diesen Bereich rein und wird hier weitergeleitet, bis er dann hier in die nächste Sequenz kommt, um auf die, um auf den Affiliate-Link zu kommen. Könnte man sogar noch unterteilen und sagen, kennst du schon Builderall? Und er sagt, ja, oder kennst du auch schon das Affiliate-System von Builderall? Es gibt ja auch Wail, die sind bei Builderall und kennen das Affiliate-System noch nicht, weil es ist recht neu. Ja, ja. Kann man auch nochmal unterteilen. Ja. Aber da bist du schon hier vorne ja auf das Affiliate eingegangen, also selbst da müsste sich dann, wenn der Buildall fragen, muss ich mal gucken, in meinen Zugang gehen, was da Neues gibt. Ja. Gut. Gut, liebe Leute, ich komme soweit erstmal fertig und ich hoffe, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte und wie man den Bot etwas attraktiver im Lesen machen kann. Es ist ja nicht so, dass ein Peter sein Bot jetzt unattraktiv war von den Informationen, sondern einfach nur vom Lesen her, von dem Umgang, wie ich mit so einem Bot sozusagen interagiere, war einfach zu überfordernd für mich. Ich musste immer ständig zurück scrollen und die Textnachrichten haben mich einfacher schlagen. Und so macht man das einfach auf eine ganz nette Art und Weise. Man gibt immer kleine Textbrocken zum Lesen und tut den User nicht erschlagen mit den Nachrichten. Soweit von mir. Ich werde dann erstmal fertig. Wir haben auch hier gut eine Dreiviertelstunde heute zugebracht. Ich habe hier gerade noch die Meldung, dass ein Thorsten Semmler meinen Bildschirm steuert und ich nichts machen kann. Vielleicht kannst du gerade mal meine Bildschirmfreie gerade wieder rückgängig machen. Oder das Remote. Jetzt. Super. Hat jemand noch Fragen oder hat jemand jetzt auf Deutsch gesagt die Hosen fordern und sagt, wow, was für viele Textfelder und für Haufen Zeichen dort. Das ist alles nichts für mich. Thorsten, Mensch, jetzt ist nichts für mich. Alles klar, Peter. Das ist glaube ich dir auf das Wort. Vielleicht eine kleine Anregung noch dazu. Vielleicht, dass wir, wenn der Peter das möchte oder will, dass er, wenn er den fertig hat, dass wir den teilen und dann vielleicht nächstes Mal verreden, wo wir halt nützt, dass wir das recht promoten, dass sie den Fall direkt übernehmen können. Also wir zeigen, wie sie das ändern müssen. Vielleicht ein, ein, ein anderer ergänzen, das wäre für die Idee. Ich möchte nicht mehr mal. Wenn der Peter das zur Verfügung stellt, dann aber bitte Leute, tut ein bisschen die Texte umformulieren, weil es ist, wenn der Herr sonst keine Copyright 25 gleiche Templates da draußen rumschwirren und alle denselben Text haben. Und da sollten wir dann, wenn der Peter uns das zur Verfügung stellt, so fair sein und die Texte auch ein bisschen ändern, ein paar andere Emojis reinmachen, vielleicht noch ein paar Bilder, dazu. Ja, jeder hat seine eigene Emojis. Ja, so dass jeder seine individuelle Note da reinbringt. Jeder textet auch anders und formuliert das anders. Seid da immer ein bisschen authentisch, so dass auch eure Abonnenten wissen, dass ihr das seid und nicht, dass ihr das Template irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, geklaut habt, da war. Also, wenn keine Fragen weiter sind. Nö, los, weiter Anhaltsberg. Alles klar. Dann, vielen Dank, Peter, dass du uns da dein Wort zur Verfügung gestellt hast, dass wir das Leben mal nachvollziehen konnten und, ja, dann. Ich danke dir für die Ideen, das war super. Ja, einen schönen Abend und wenn jemand anderes noch Ideen hat, schreibt euch das jetzt auf, dass wir es zum nächsten Workshop mit reinnehmen können, dem Heinz oder dem Hans-Dieter schicken oder mir, dass wir solche Sachen mit reinnehmen. Ja, Okay. Danke ich euch. Für Sie schon. Heinz, war das Aufzeichnung fertig ungefähr? Wann die Aufzeichnung fertig ist? Ja, ich schaue, das ist ja zwei Stunden Material. Ja, das hat fast zwei Stunden gedauert. Bis morgen früh ist, weil Peter will gleich nachbauen. Nein, weil Partners nicht können. Alles klar. Also, habt euch wohl und bis die Tage. Ja. Bis die Tage. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.